Wassermann, Liebe, herausfordernd. Am 5.11. steht Venus in spannungsreicher Opposition zu Uranus und bringt Störstrahlungen in die Partnerschaft. So viel Unverbindlichkeit kommt heute nicht gut an, denn der oder die Liebste interpretiert sie als Gleichgültigkeit. Am 9.11. gibt es eine Sonne-Uranus-Opposition, die Ihnen den Eindruck vermittelt, Sie müssten jetzt um alles hart kämpfen, was Sie haben wollen, auch und gerade in der Partnerschaft. Keine Sorge, lieber Wassermann, diese anstrengenden Aspekte gehen vorüber. Ab dem 17.11. hilft Ihnen die Schütze Venus dabei, neue Eroberungen zu machen oder auch den vorhandenen Partner charmant an sich zu fesseln. Am 21.11. ist die Sonne im Trigon zu Jupiter und dreht nochmals das Glückslicht voll auf, denn nun können Sie Ihre Liebe unbeschwert erleben und das gibt auch Ihrem Ego gewaltig Auftrieb.